Ich habe jetzt die FPS-Boost-Version geholt, muss ich dann einfach Minecraft neu starten, wenn das geladen ist. Schau mal. Schau doch mal Lasse bei der BÜ. Schau mal bei der BÜ. Ich schau schnell bei der BÜ. Ich brauche schnell eine Hilfe, du Lappen. Ja, muss ich jetzt auf OK klicken und dann MC neu starten. Und jetzt Minecraft schließen. Und dann neu starten und dann ist es einfach klar. Ja. Ja, schick Link. Muss ich dann hier eine andere Version draufklicken? Klicke mal Link, dann schaue ich den Stream. Man sieht dein Gesicht. Das ist richtig. Sende mal. Ja, habe ich gemacht. Hört man Minecraft und hört man die Musik? 630 FPS steht dort. Wo steht es? Es geht ja alles. Wie viel läuft? Ja, man hört die Musik. Man hört 6.000 Musik lauter, Mann. Ja, man hört die Musik. Man hört die Musik. Ja, das sieht richtig geil aus. Ja, ich brauche mich grad hoch. Äh, nein. Du läufst grad. Pass mal. Oh, shit, guckt euch die Kombo an. Wir schauen, ich schaue den Stream. Ja, ich like mal den Stream. Ich auch. Das Stream heißt einfach Aquanis. Ich habe gerade 200, 300 FPS. Aber stimmen die FPS beim Boost? Nee, die stimmen nicht. Wie, die stimmen nicht? Die stimmen nicht. Also, da steht ja noch nur da. Ein Nachricht ist im Chat. Wer ist denn? Ja, man hat geschrieben den Hashtag Ness. Was ist denn geschrieben? Ja. Du bist live. Du bist gerade... Ja. 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 Ich habe gerade einen Tümmelschärfe eins gelegt und habe gerade meine zwei Kärten vorhanden. Ähm, äh, die Musik hört nicht so gut. Ah, ihr seid gerade an dem Teil. Vier Zuschauer. Was? Das ist... Ich habe gerade einen Tümmelschärfe eins gelegt und habe gerade meine zwei Kärten vorhanden. Ich probiere nicht, weil wo der measurement noch drauf ist. Der Stream. Das geht. Aber dann... Aber der FPS, der FPS wird da steht nur da. Das funktioniert gar nicht. Ja. 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 Ich sag mal alle Hashtag Nessalvi. Nee, den Link vom Stream. Und dann... Nee, man kann ihn einfach draufklicken. Ja, ich schick mal den Link einfach so drauf. Ja, mach mal. Mach mal den Link. Junge. Ja, kann man. Ja, kann man. Man kann doch gebannt werden. Man kann doch... Ja, nee, kann man nicht. Man kann... Das ist keine Werbung. Das ist keine Werbung. Ah, stimmt. Stimmt. In dem ist es ganz... In dem ist es ganz praktisch gesehen erlaubt. Guck mal, guck dich mal jetzt an. Guck mal, guck dich mal jetzt an. Das ist nicht schwer da. Ich würde schon ein Ding sagen. Oh mein Gott, ich freue mich. Schreiben alle Klicks diesen Link an. Okay, okay. Du musst Add A am Anfang. Okay, ich bin bei Co-Ambo. Und deine Familie ist sicher. Hast du nicht schon gesendet? Nice. Wo? Nein, hast du nicht? Natürlich. Wo? Ich hab mich in die... Gommelschef. Nein, hast du dich gar nicht? Was laberst du? Nein, was laberst du? Lark ist gerade meine Lobby. Ja, geht so. Ich würde mal Musik ausmachen. Weil es fuckt ein bisschen ab. Nach einer Zeit. Ja. Ich mach's einfach aus. Ja, mach's einfach aus. Ich speck euch mal. Können Sie mich in den Party anladen, bitte mal promoten? Du kannst noch ein bisschen Werbung machen, du kannst noch Scheiße. Schreib's einfach du. Mach ich schon die ganze Zeit. Machen wir auch bei dir. Das sieht man irgendwie gerade nicht. Ich hab aber ein Chat geschrieben. Handy hast du gerade nicht. Aber vielleicht wird die Message geblockt. Schreib einfach. Wir sind live auf YouTube. Schreib mal auf Warnes. Ja, chill. Ich bin gerade am Deffen. Du hast ihn safe. Ja, hast ihn safe. Nice. Ich habe einen. Oh mein Gott. Eee. 118, wie gesagt. Oh mein Gott, als ob die so geht. Schau dir mal den Trick jetzt an. Hast du das gesehen? Ja. Das ist ja nice, oder? Sehr nice. Hey, mein Spitz speck mich nicht Supercat. Ich speck Supercat. Ja, wir sind irgendwie hintereinander. Wo gehst du einen Supercat? Andererseits. Ich habe nicht die Option. Ich habe das safe, Gleichs. Ja. яч. Das ist ja. Das ist das. die sehen dich gar nicht weil du das so das ist nicht gut okay weg 123 ja gerne einladen promoten ich hab dich schon eingeladen die doch nicht kommt alle auf youtube akkorn dass sie live sind wir sind live auf youtube name doppelpunkt akkornes wir sind live channel okay ist das immer ein zuschauer die kommen gleich vertraue mir weil akkornes ist fein die donnerwelle anladen ich habe es auch mal wir sind so richtig gelappt und so der scheiss zwei leute sind gerade zwei leute drinnen weißt du bist du das ne schau gar nicht zu vier leute ja er rast nicht so aus ja moin leute was geht ab ihr könnt übrigens den ingame namen chat schreiben für das ihr in die course party könnt ja ihr könnt euren ingame namen in den chat schreiben einfach pp schreibe nein also ich mein youtube chat also ein live chat meinst du das denn ja abo gegennamen schau mal kalmi lasse lasse es drauf ich lasse es drauf Lel läuft bei ihm Kogel äh ein ein anderer lasse es auch noch drauf bessere party ich gehe rechts durch sag's wer für ne es ist beste party was für ich gehe rechts durch äh rechts ja warte warte dazu äh fna soll ich dir wieder es lohnt es geben ein scheiss ich will defen ne ich baue du ab nein du baust ab und dann baue ich halt ab ja ich habe doch gesagt du kackst rein ich? ja du bist ich ich glaube ich bin gerade verreckt ok den nächsten Chor haben wir schon mal das relativ gut vielleicht war ich das wert im namen haben oh Gott ja lasse beste liebe lasse und dann schau du Huren so ich schau den stream gar niet dann schau du Huren so Ich kann nicht den Seitenbildschirm anmachen, aber ich bin zu faul. Kannst du meinen Account auch noch abonnieren, aber nicht gerade jetzt. Äh. Scheiße. Ja, ich lauf links durch. Ja. Ja. Oh, der ist auf Karte. Ja, ich bin... Das ist nice, ich baue ab. Schau mal, was sie in den Chat schreiben. Schau mal, was sie in den Chat schreiben. Welcher Client hat da Ness? Also, ob die denken, dass wir reincheaten. Sie sind irgendwie behindert. Bist du auf den Kopf gefallen? Krass, dass die Cheaten immer wirst. Ich denke... Ja, was? Ja, das wird den Namen. Natürlich cheaten wir. Ja, wir cheaten auf jeden Fall. Mit Ambien. Ja, auf jeden Fall. Du, wie du immer noch heisst. Die kompetente Enten. Ja. Der Leib Moss ist da. Nein, Leib... Leib... Dings, ähm. Leiby Ness. Ja, Leiby Ness. Alle Client drinne. Ist da. Ja, ist so. Alles drinne. Hehehe. Mama, ich habe ihn nicht streng. Hehehe. Mann, Alter. Ich könnte ja mal kommen. Ja. Ja, ich finde gerade dann. Ja, ich finde gerade dann. Bau, 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 bau. Ein paar da, bau, 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 bau. Okay, dann... Komma gerade, komm. Scheisse auf der Weißkopf. Ich bin auch dann. Oh mein Gott. Komm, komm wieder. Komm, wieder. Die Trios, die sind gar nicht so schlecht, wenn man so bedenkt, egal, wenn sie es im Code haben, weil ich ihn da nicht... Ja, es ist scheißegal, scheißegal. Lass es dir. Oh Gott, nice. Ich bin down. Oh Gott, ich bin wie zu räudig, dass man sich wieder OP-Sachen machen muss. Aber ich sag mal, Leute, muss man... Ich mach jetzt auch Full-Dia. Full-Dia mit Schwert braucht man drei Eisenblöcke. Ja, ich weiß. Aber ich werd von der Mitte gebraucht. Ja, schau, schau. Das war die Ten-Combo. Ja, ähm, ja. Immer die Lösung instantan ziehen, weil die spammen. Lass es links, lass es links. Ich mach mich gut, ich mach dich auf dir. Für das Selbstzureißen spielen die halt echt nicht schlecht. Lass es bald ab, komm schnell. Egal, scheiß auf dir. Lass es bald ab. Ich bin schon Full-Dia. Kommt, komm, komm. Okay, wir haben den, wir haben den. Warte, ich will nochmal mit dem Dia drauf. Ja, wir haben ihn schon. Well, that was easy. Ähm, 3,5 KD ist das. 14 Kills für das. Stay, 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 stay. Stay, stay, stay. Stay, stay, stay. Längst an Dosses drin ist eigentlich nicht. Doch, doch, doch. Ja, ein Spieler kann doch nicht das ganze Spiel. Sie liebt, sie liebt, sie ist alles glücklich. Oh, unser, der Lasse macht 8 Werbung. Ja, Lasse, Beste. Der Beste. Ja, sie sind geliebt, die Pussis. ja ist alle links laufen alle links ich bin gerade gefallen so nötig links durch alle da alle da alle da ich kippe vorne bei uns läuft man kann fast nicht abbauen ja er braucht gerade ab er braucht gerade ab und zu mir wir können es auch nach der runde schreiben wir können es auch nach der runde schreiben wenn wir fertig sind nein ich bin gerade runter gefangen so nötig bei anderen kurschen steht da drüber versuch zu dürfen versuch zu dürfen ja ich darf er nein ich werde der junge scheisse ich bin da und der kohle wird fast weg gewesen ich bin auch da ich bin auch da ich komme ich lege hey jungs ruf mich gerade an ja lege einfach ab ich habe keinen bock auf den lappen ich habe mich gerade im stream sind wir vier sind wir gerade zu viert in der party ja nicht zu viert wir sind zu viert in der party albin oh der ist gut ja wir sind es nicht geliebt wie viele zuschauer haben wir gerade momentan ja aber nicht alle durcheinander sprechen weil das nicht so angenehm für die zuschauer ist superkett bist du morgen online ok da können wir vielleicht wieder streamen morgen ok ist so das wollen das voll süß ich bin jetzt beim left court hat lol ich habe gedacht patua patua hat du hast superkett hast du saldoosti beleidigt ich habe gar nicht wieso hat er hat er hat er 11 kappa gg schon wieder dran ne also richtig scheisse da facken alle ab ja ne weil wenn wenn wir dann chor spielen dann schalten die du musst einen titel ändern so richtig clickbait titel ähm wir verlosen etwas ich würde das nicht machen superkett ist nicht drin ne superkett com superkett com com noch ein ich habe durchgehend 20 ich bin jetzt 640 für leute noch die 150 wins knacken viel habe ich ich brauche dann noch so 12 wins ja ich habe chat bahn nur f lol ich bin nicht neuer im team lief die runde ich habe gar nicht geschaut ähm ja ich schau mal ich mach mal es vor smp 2x5 ja qtox war mit ihren klären uns zumal släden na los 2xС So nice. Ja, nee. Construction. So. Was sind wir jetzt schreiben? Hey, jetzt bald kommt SeilemonLP. Wo? In den Streamchat. Er hat geschrieben, er hat geschrieben. Hi, SeilemonLP. Da schon... Ein kleiner... Kann niemand... Kann niemand schnell... Er muss ein Fett fragen, er hat ihn darum nicht so gerne. Äh, ja klar. 55... Ja, da ist Levenus gekriegt. Wer? Warte, warte, ich muss schnell jemanden von ihm in den Setz checken. Halt mal schnell das Maul. Es lässt jetzt... Wenn der Primum hat, ist Jackpot. Ja, okay. Ausnahmsweise hatte ich den einfach mal ein. Wen? SeilemonLP. Nee, Elementrix. Weil dann bleibt Lasse auch safe. Weil das sind Freunde, das ist so ein Scheiss. Ah, äh, okay. Aber der nimmt Leid nicht an. Ja, gut. Ja, wir gewinnen halt so die Runde. Also zu 90% geben wir die Runde. Jaaa! Ja, gut. Nee, nee. Nee, nee. Nichts so. Wiederkommen, nee. Hat er Primi? Nee, heute glaube ich nicht. Wäre jetzt gar so hässlich gefällt. Wäre jetzt gar so hässlich gefällt. Lasse. Ja, ähm. Ja, ähm. Ja, SeilemonLP, komm. Killing. Nice. Äh, ich geh rechts, ich geh... Äh, warte halt. Warte. Warte. Ich hab ihn... Jetzt geh weg, geh weg, geh weg. Ah, schade. Ich bin immer noch da, so du kannst gerne kommen. Oh, ich weiß nicht, ob ich Musik leiser... Es kann mal einer in den Chat schreiben, ob die Musik zu laut ist. Ja, mach's einfach raus, es ist dann belastend. Weil die Musik soll ja nicht im Vordergrund sein. Nice. Wo hab ich den nice and Rotted gegeben? Hä? Hä? Ja. Ich guck dich mal kurz im Stream mal, der Chip bacht wohl, warum. Oh mein Gott, als ob ich gefehlt hab, was loskommt. Der Stream ist halt leicht verzogen. Ich weiss. Wie lang streamst du? Wie lang ist Stream schon? Ja, 30 Minuten. Drei Minuten, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Äh, lass den Bau grad ab. Ja, komm von oben zu. Das bin ich. Ja, die Runde, die dauert schon viel zu lange. Ja, ist das echt so. Ja, die Runde ging schon viel zu lange. Das waren sicher drei Minuten. Lass mal ein paar Leute ein, die im Stream-Chat schreiben werden. Ja, ich liess ihn. Ja, ich liess ihn. Ich muss mehr auf den Namen im Chat schreiben, weil ich liess ihn im Stream nicht. Ja. Versuch den Namen, wenn ihr Bock habt. Aber Primus werden halt von Vorteilen gedacht. Ähm, kommt blau mal. Kommt alle blau. Alle blau. Ja, Call Milass ist nicht drin, ist nicht in unserem Team. Warte, dann lief ich. Ja, wenn dann der ganze Lieblings dann aufgehört. Ja, wenn dann der ganze Lieblings dann aufgehört. Ja, jetzt steigen wir. In dieser Runde steigen wir. Weil Call Milass ist einer von den wichtigsten Spielern, wenn man das mal so sagen kann. Ja, ist gut. Weil er kann so gut boss sein. Guttocks, ja. Guttocks. Ja, belastend. Würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Wem die Kita ist im Plan. Ja, weil ich... Wenn der Party will, sollte ich auch schreiben, was er will. Nur wenn ihr Party wollt. Wo war mein Lieblings dann? Wild ist meine Lieblings-Map. Okay. Nein, es ist 8-3-Map. Ah nein, es ist 6-3-Map. Das ist gut, das ist gut. Molde finde ich meine Lieblings-Map. Ja, Molde ist auch noch nice. Molde ist auch noch nice. Weil in Molde kannst du halt gut nur rund in 40 Sekunden zu Ende bringen. Wenn du vier gute Mates hast. Ja, wir streamen. Kann jemand schnell Werbung für den Stream machen? Ja, ab gerade. Ja, ab gerade. In Clansett habe ich gerade auch. Ab 640 geht es dann richtig langsam runter, die Plätze. Ab 640. Ja. Ich werde mal kurz mal Valido erzählen, woher er alle die ganze Zeit innerenителten noch viel mit 2. dove hin. drunter lieben. Ja, weil du bist halt der einzigste Non-Premi und wenn es dann mehrere sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir die ganze Zeit leben müssen. Supercat ist eigentlich auch. Ja, ich habe gesagt, er ist der einzigste Non-Premi. Aha, der Supercat auch. Ja, eben. Aha, das habe ich doch gesagt. HR, geh rein, Supercat. Hinter dir. Soll ich useless Team einladen? Ja, das ist gut. The Supercat, right? Use this Team. Hey, abonniert mal die... Ey, was gibst du mir, wenn ich sage, abonniert mal die Judenkinder? Das ist nicht lustig. Für mich schon. Du weißt schon, dass das, was du gerade gesagt hast, relativ bannbar ist. Von YouTube. Hätte ich mir gehört. Ja. 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 Ja, komm, wir gehen mal alle left pushen. Left, okay. Ah, er hat ein halbes. Ähm, warte, ich bin genau, jetzt ready. Also left durchlaufen und left core. Left durchlaufen. Ja, okay. Ich laufe es nicht. Ich bin mit Lasse dort. Er baut ab, er baut ab. Er baut ab. Ähm, die bin Nikita, weil die Party. Ja, nee. Nein. Ja, vielleicht. Ich muss noch schauen. Weil, weil... Es war ganz so laut, dass wir blieben, das Handys. Oh mein Gott, ich habe kass, ob die letzten zwei Runden habe ich richtig hart reingeschissen. Ähm, okay, den letzten Code haben wir schon. Oh mein Gott, die Runde, die lauzt jetzt sicher schon so zwei Minuten. Das näherst mich schon wieder. Okay, nächste Runde, ich verschlöre, okay? Hey, bester Mann. Ja, ich würde schon machen. Jeder, der abonniert, kommt rein. Jeder, der abonniert und so ein Clan drinnen ist, kommt rein. Äh, ich lade ihn schnell rein. Äh, schnell callen. Nee, der ist schon in den Park. Es ist gut, er muss noch ein Clan drinnen sein, der in die Party will. Clan mit Vortritt. Slash. Ja, lass die Community gehen und das schreiben. Ja, an sich, lass uns mal irgendwo hinstellen, so vorne. Ich sneak, ist immer noch da. Ich kriege einen Anfall. Diese Person hat Premium, hat ein K-Po draufsteht, ich sneak. Nee, pass auf, pass auf, es sind Mods und Subs drin und ein Sir-Mod. Ich habe da gar nicht so Bock drauf, dass jemand von uns gebannt wird. Aber guckt euch das an. Werdet niemals mehr mit dieser Person. Niemals. Was? Hört mal alle zum Sitz da vorne. Da, da beim Spawn. Komm, was wird hier? Was wird? Hinten. Wo? Hinten, zum Spawn. Mach nur die Freunde an. Ja. Supercat. Da, Supercat. Seit, war das Astra hat die Sir-Mod. Wie geht man da drauf? Ja. Drauf klicken. Mit Rechtsklick. Moment, schau so. Ach so. Ein bisschen Abstand, weil ich bin nicht schwul. Du weißt, du weißt, dass der, wo er gerade abonniert hat, der in Partys ist. Ja, lass mich den Dings reingehen, in den Kurs. Ja, mach mal. richtig viele 4-Maps, 5-5-Maps, meine ich. Ja, das ist nice, das ist nice. Ist grad geil. Aber ich, ich, ich verstehe es nicht. Man sieht mein Labemod-Schwanz nicht, obwohl, dass ich das einen von den kleinsten Capes habe, das es überhaupt gibt, nämlich das Kick-Me-Cape. Das ist ungefähr das, das, das ist halt, ungefähr das kleinste Cape. Das auch das von Mini-Me-Jacker. Leute, ich muss dann gerade kurz das Neustart, das kann kurz dauern, aber dann muss ich halt kurz flexpielen, aber ich komme dann gleich wieder. Aber wir spielen uns als die Runde und schwitzen es mal rein. Wir gehen über Ride. Ja, alright. Okay, Ja, ja, alles klar. Ja, wir schwitzen auf jeden Fall. Nichts. Okay, dann viel Spaß an euch, würde ich das mal sagen. An euch, bitte. Bitte. Mach nach China aus, es kommen noch Leute rein, vielleicht sehen sie, wo das nicht vorkommen kann, aber ja. Ja, natürlich haben wir eine Taktik, wir gehen einfach halt, wir gehen, halt mal schnitz mal, wir gehen alle rechts drauf und posten dann so richtig heftig. Nein, das ist aber so. Nespam. Was da? Und das da auch. Ich warte. Wenn du es einmal schaffst, alleine gegen uns zu gewinnen, dann, dann, dann keine Ahnung. Füßst du ein Besen. Und dann füßst du eins auf den Besen. Das ist ein Elementtricks da. Der Elementtricks nimmt mich an. Ist in dem Glan drin. Sag mal, seine Stats an. Ja, seine Stats sind zu semi gut. Ja, Platz. Ja, egal. Weiss ich gerade nicht. Ähm, lass ich nicht spammen. Ich spamm gar mit dem Rot. Ich, du nicht spammen gerade. Also richtig hart. Hab einen. Oh, gegabt, 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 gegabt. Hab alle, hab alle, hab alle. Was? Es legt halt wieder komplett rum. Ja, es legt wirklich richtig. Oh mein Gott, ich hab's. Ah. Ich muss halt gappen. Dann kann ich sie erst treffen. Elementtricks, bist du nicht schon im Plan? Doch, ich hab ihn eingeladen, er muss nur slash clan invite. slash clan invite. Slash. Ich bin einmal alt. Mich gefällt. Wir müssen slash clan accept Aquaness machen. Ja. Junge. Ist er präm? Ist er präm? Ist er präm? Mann ohne Scheisse. Ja, ohne Scheisse. Ja, Simon hat Pirachen. Ich mach jetzt Simon hat Pirachen. Ja, Nein, konnte nicht. Ich hab schon 1244 Kills bei 141 Wins. Das ist gar nicht so schlecht. Die Killrate. Ähm, ich hab ähm 129 Wins. Ich hab 141 Wins. Oh mein Gott. LOL. LOL. Fast neun. Junge. Äh, er hat keine Anfrage bekommen. Ja, warte ich. Ey, ich hab dich fast eingeholt. Du, du bist irgendwie, du bist irgendwie, ähm, ja, vertrau mir, es geht so langsam. Ja, ich weiss. Ich hab ihn, ich hab ihn, vielleicht hat der Aquaness falsch geschrieben. Ich hab ihn eingeladen, natürlich, dieses Spiel hat bereits eine So sagt man Aquaness. So sagt man Aquaness. Vielleicht hat sie mich vertippt oder so. Spämmen ein bisschen Scherz, spämmen ein bisschen, dass er so besser sehen kann. Ja, das sieht man jetzt. Man jetzt. Wenn man das jetzt nicht sieht, wenn man das dann nicht sieht, dann Baum Schule. Ich hab gesagt, es kommt keine neuen Prämisse rein. Sonst ist so'n scheiße. Selimon hast gehört, ist halt hat halt recht, weil wenn die ganze die 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 Man hört dich im Stream nicht so gut jetzt. Alles klar. Ich hab ja gesagt, mach die Musik aus. Er hat die Musik aus. Oh Gott. Natürlich hört man ihn. Dann liegt das an dir, weil ich höre ihn im Stream. Dann muss man wahrscheinlich ein Headset lauter stellen oder so etwas. Weil ich... Weil Baum. Elementrix hast du es gelesen? Du kannst mir die ganze Zeit nachschauen. Er hätte mich mal zu freuen, wenn du mich nicht mehr hast. Oder lad doch du ihnen einen Supercat. Ich gebe einen Promote an mir oder Supercat. Wieso? Ja, den kann ich einfach einladen, die Leute. Mach mal auf deinem zweiten Bildschirm den Stream an. Ja, kann ich gleich machen. Aber der Scheisse dauert ein bisschen bis dran ist. Ja, das ist. Das musst du nicht mich fragen. Wer ist ja drin. Ja, aber er meint mitreden. Ja, wenn wir halt dann zu fünft auf Skype sind, dann ist es halt ein Durcheinander. Zu dritt ist eigentlich schon ein Durcheinander. Ja. Wollen wir noch eine Person reinlassen? Ja, können wir. Ja, können wir. Schreibt ihm mal den Namen, weil wenn ich den schreibe, sieht man es. Aber schreibt bitte den Namen privat, weil ich würde einfach nicht in den Party-Chat den Namen schreiben, weil das kann dann nicht jeder Mensch sehen. Ja, ihr müsst schreiben, weil wenn ich schreibe dann... Ja, ich habe doch gesagt, ich habe ihn eingeladen. Ja. 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 Ja, das ist... Ja. Ja, das ist... Ja, das ist... Das ist... Das... Das kommt nicht auf das Ranking darauf an, wie viele Cores man abgebaut hat. Das kommt nur auf die KD und Wins an. Ja, das ist interessant. Äh... Ich habe ihn gerade getrickt als 60, außer wen. Wen? Call me, lass es. Sorry. Ich habe mich hoch gebaut und er ist halt voll dran gesprungen. Oh mein Gott, wie ich mich gerade gelernt habe. Es war gerade like Legende. Ich bin beim anderen Chor. Ja, Gott. Oh mein Gott, es sind gerade alle gekommen. Genau in dem Moment. Oh mein Gott, wie es hart geleckt hat. Call me, lass ich bitte nicht reinlaufen. Call me, lass es doch über ihn innen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 621. Meine 621. Ja, ähm... Hast du meinen Namen gesehen oder deinen Namen? Hast du meinen Namen gesehen oder deinen Namen? Mr. Zepp? Er ist safe. Definitiv liegt er. Definitiv liegt er. Definitiv. Ähm, Nikita hat nochmal geschehen, hast du den Namen geschickt? Brrr, SNR brrr. Hast du es gelesen? Natürlich habe ich es gelesen. Das war's. Ja, natürlich habe ich es gelesen. Ich habe es gelesen. Ich glaube, er ist nur Teamspeaker. Wir wollen neben Glad Sky bleiben. Er wurde gekickt. Er wurde gekickt. Ich, ich und Supercat und Call Me, Lasse gehen rechts und die anderen links. Ja, Elementrix, nach dem Stream kannst du in die Party. Ja. Weil der Stream muss halt möglichst so flüssig sein, dass man fast nie lieben muss. Ich hoffe, du kannst das nachvollziehen. Ich kann nicht mehr so lange... Ich kann nicht gleich in die Party, weil ich kann nicht mehr so lange unterbrechen. Dann kannst du mir die ganze Nacht schäumen. Oder irgendeinem von uns, dann kannst du uns nachschäumen. Dann kannst du uns zu mir schreiben. My sweat heißt ich. Ich kann gar nicht Maus abuse. Meine Hände sind gerade nicht so nass. Und ich mache jetzt nicht den Trick, dass sie nass werden. Wo ich jetzt im Stream nicht sagen werde. Was? Ja. Ey, wenn man die Zehn... Ich wollte euch natürlich nur das Beste bieten. Ey, es wird cool machen, wenn wir die Zehn Zuschauer knacken, dann sagen wir den Trick. Ja, okay, dann sagen wir den Trick, wenn wir die Zehn Zuschauer knacken mit Maus abuse. Das Beste-Trick. Das Beste-Trick. Das Beste-Trick. Unlegged-Legend. Welcher Platz ist das denn? Der soll mal unterbrechen sein. Scheiße, ich glaube... Ich hoffe, ich zieh den Korn, wenn ich gerade bin. So, links durch. Er hat geschrieben, dann wichst ihr einen weißen Hit. Ja, wer hat das geschrieben? Wer hat das geschrieben? Wer hat das geschrieben? Ähm, Sil-Silimon. Ja, dann... Und wenn das noch eine Sache reinsteht, dann... Wir wollen ja halt, wir verlieren halt im Zwischenplan 5-Zoll. Eigentlich ist das ziemlich krass, wie das, was wir gerade eben angefangen haben. Wir können das eigentlich tun, wenn ich unten den Live-Stream, dann sagen wir es alleine oder zusammen. Und wenn ich nichts gewinne, dann bekomme ich so einen Kollaps, egal ob es jetzt im Stream ist oder nicht. Ja, wenn ihr mal zu meinem Korn kommen würdet... Ja, wir sind gerade... Nice Korn, Milasse hat ihn. Oh mein Gott... Ähm, der Unlegged-Legend könnte nicht so legit sein. Der ist legit, vertrau mir. Und man erkennt... Der ist voll krass. Der ist voll krass. Der ist voll krass. Mein Gott. Der hat nicht volle Herzen gehabt, ich hätte es sonst bekommen. Der ist riesig. Abbau und Lähmung fackt so ab, wenn dann Wolle drüber ist. Ja. Der ist so, Willa. Und Leute, die das, was ich gerade drüben gesehen habe, bis das sie eingebaut hat. Das war alles jetzt. Ey, mein kleiner Finger tut so weh. Deine ganze Sneakern und so. Ach komm schon. Wie lange streamen wir schon? 40 Minuten circa. Äh, wie viele Zuschauer haben wir? Fünf. Fünf. Okay, noch das Doppelte. Dann releasen wir den Trick. Und dann kommt es eigentlich mit fünf Accounts drauf. Wenn zehn Zuschauer sind, spielen wir entweder eine Runde Kingdom oder Chess. Ja. Nein, 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 nein. Wir sagen unseren Trick, ich und Maiswet. Wir sagen unseren Trick, wenn wir zehn Abonnenten haben, spielen wir eine richtig fette Runde wie Kingdom. wo dann vielleicht so eine halbe Stunde geht. Ja, weil dann sind wir jetzt so zehn, dann können wir... Ja gut, wir sind eigentlich dann so krass. Ich bin oben beim Chor. Wir sind halt richtig krass wegen dem. Es kann auch sein, dass das voll schnell geht. Ich bin oben beim Chor. Es sind zwei Leute da. Ja, ich komm auch. Ich steh oben, komm mal hoch dann. Ähm, Maiswet, komm hoch. Ähm. So, ich nehm den unten. Oh mein... Oh mein Gott. Ich hab unten gedürbt, glaub ich. Ich hab unten gedürbt. Nice, nice, nice. Nein, 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 bau, 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 bau. Egal, ich bau, 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 bau. Ist da um.... Ich bin da und... Ich hab da um... Ich hab da... Ja, wir haben den... Wir haben ihn safe. Nice, GG. Eigentlich, dass die so gut waren, war die Runde gar nicht so langsam. Auch auf Party. Ich hab... Wie viele Leute schon sind? Chef-Partylist, meinst du? Äh, wir sind fünf Leute. Lass mal Silemon helfen. Ich möchte dir etwas sagen. Weißt du was? Was? Ja, wie es so sollte ist. Ja, ich möchte dir schnell etwas sagen. Nein, ist mir relativ egal. Was ich mir sagen will. Gangster. Praktisch gesehen, könnt ihr mir auch schon das in den öffentlichen Chat schreiben. Wenn es dann etwas dummes wäre, würde ich ihn irgendwie auf ein Jahr oder so Chatloggen. Ey Leute, lass mal kurz danach irgendwo in die Lobby stellen. Also darf ich in die Lobby, weil ich nicht die Person. Alle nebeneinander, okay? Ja. Es kommen irgendwie schon Lappen, die dann ins Bild reinkommt. Nein, wir machen einfach, dass wir nur uns sehen. Ey, mach mal Slash für einen Toggle-Jump, das nicht mehr nachspringt. Ja, alle. Alle. Weil sonst können Leute abpacken. Aber eigentlich ist es auch gut, weil so können dann... Ja, gerne, können wir ein bisschen... Ja, wir sind in die Kita, wir sind nicht erst. Wir sind Skype. Bitte, bitte, Kita. Ich kapiere das immer noch nicht. Wenn Stream fertig ist, kommt es. Wir sind die einzige Person, die noch in den Stream dürfen. Äh, aufschlösen. Hashtag Baumschule. Wir pushen gerade über left. Ich gehe left core, also ich... beziehungsweise, ich laufe rechts durch. Ähm, ja, es kommt noch einer. Die andere wurde runtergeschossen von jemandem. Oh mein Gott, ich hab die ganze mit meinem scheiß Schwert geflossen. Ich bin Platz 622. Ich hab schon bald wieder eine 75er Gewinnwahrscheinlichkeit. Er hat mich. Ja, er geht erst an. Nice, Nikita, habt ihr ihn. Ähm, komm mal rechts durch, alle. Supercat ist auch noch da. Ja, ich komm auch rechts durch. Halb mich. Äh, Supercat, ich mach den gleich nach der Runde Moderator. Ich mach ab. Das hab ich ja vorhin vergessen zu machen. Ähm, ich kann ihn jetzt gerade machen. Ja, okay. Ich mach jetzt gerade. Ja, okay. 80, 90. Oh Mann. Nice. So. So. Okay. Ich will... Und, Lefter. Noch 6 Wins und dann hab ich mein Ziel erreicht von heute. Ähm, Nikita Bob. Oh mein Gott, die sind halt zu gut. Das, das, die sind dann auch... Oh nice. Ja, soll er doch. Ich komm halt ab. Ja, ich komm halt nicht aus, weil der die ganze Zeit mit dem Gap bin. Das war nice. Wir haben gewonnen. Also... Schreib mal kurz in die Party, alle Lobby stellen. Komm mal alle in meine Lobby. Ja, ich hab alle rausgezogen. Komm mal Lobby, ähm. Alle in Lobby. Alle in Lobby, ähm. Warte. Kommt in... Kommt in... 66, alle. Ja, ich... Ja, okay. 66. Ja. Bin. Ja, Prim. Ja, Prim. Und alle auf Course. Nein. Äh, nein. Normale Lobby. Und alle auf Course nachher. 66. Ganz hinten. Was? Hat schon... Hat schon... Joint mal nach. Joint mal nach. Hier, so. Komm mal alle an den Lobby. Fock ist gleich für der Toggle Jump. Äh, ich hab schon an. Äh, ich... Ich benutze jetzt mal beim Pferd, was ich mal gewonnen habe. Schau mal. Haha, ich... Ich hab das beste Pferd als du. Ja, jetzt kommt mal alles kurz her. Ich muss kurz was machen. Ja. Oh, am Spawn? Schreib mal kurz... Ja, am Spawn. Warte, 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 warte. Ich könnte auch ein Pferd machen. Hass, Hass, Hass. Lol. Hast du auch ein Pferd? Jaaa. Pferde Crew. Warte, ich mach mal eine Handmaus. Ja. Werden wir im Stream? Ja, das... Nee, also... Das sagen... Was? Hast du ein Pferd? Nikita, das sagen wir jetzt ganz bestimmt nicht im Stream. Was? Zurückgeschrieben? Ja, egal. Ja, nein. Das sagen wir ganz bestimmt nicht. Okay, wir beenden hier. Komm, beenden. Wollen wir beenden? Leute, ich komm gleich wieder. Schreib den anderen mal. Ich bin gleich wieder da. Okay. So, im Chat. Was ist da los? Gut, dann mach... Kolm, lass, komm mal stopp. Kolm, lass, hast du ein Pferd? Ich glaube, er kennt Pferd. Ich mach jetzt so ein Screen. Kolm, lass... Ja, ja, komm mal ein bisschen näher. Ja. Ja. Komm ein bisschen links. Ja, ja, da, so, so, so. Jetzt ansnig. Nikita, komm neben mir. Nikita, komm neben mir. Nehmen... Nehmen... Komm ein bisschen zu... Supercats. Ein bisschen näher. Weißt du was? Oh Gott, ey. Weißt du was? Komm ein bisschen links. Ja, ist egal. Andere Seite. Zu Supercats. Komm zu Supercats. Supercats, komm in die Mitte! Die Hashtag Nessarmy. Nein, meine ganzen Boots sind weg. Die... Schau mal, die Boots... Ich hab mal die Explosionsboots gewonnen. Äh, welche Boots soll ich nehmen? Ähm... Nehmen ich mal die Fire Boots. Leute, ihr... Wollen wir kurz ein FFA? Wollen wir banden? Lass doch zum... Ne, lass doch zum Abschluss... Los! Alle Einladen vom Streamchat! Alle Einladen vom Streamchat! Alle Einladen vom Streamchat! Dann gehen wir FFA! Hey nein, ich... Dann gehen wir FFA! Ich hab eigentlich... Ja, alle Einladen vom Streamchat! Einladen? Ja, wir können natürlich auch weiter streamen. Was ihr wollt. Wollen wir... Eine Runde Bett, wollt man zu abwechseln? Ja, lass mal... Ja, eine Runde Bett, was nachher... Ich geh schon jetzt ein bisschen auf. Ist gut? Ja, du kannst aufgeben, du... Ich geh ein bisschen auf. Ciao! Ciao! Tschö! 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 Ähm... Ja, ich spiel mal eine Runde Bett, was, oder? 10 Minuten zur Viert, oder? Jo... Jo... Ich hab gerade mal nachgefragt, wenn du hier... Ähm... Weißt du nicht? Warte... Warte einen Moment! Ob eben die Peter, ähm... Tschö... Leute, es kann es kurz sein, dass wir einfach mal kurz dauern. Geht gleich weiter. Oh nein! Lass es auch sein! Oh nein! Lass es auch sein! Oh nein! Lass es auch sein! Ähm... Ja... 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 Ich mach first! Ich mach second! Äh... Ähm... Es wäre natürlich egal, ob wir das Gewinn oder Losen... Ja... 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 Es ist so hart rein... Ich kann save schnell als du bauen. Auf Höhe 64 bauen... Ich hab 52... Ich hatte keine Blöcke mehr... Auf Höhe 64 bauen, dann können wir wieder melchieren... Das sind die Scheiße! Äh... 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 Baue rechts rüber... Nein... Baue links 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 links... Oh... Uns als Mädels so direkt... Blauer kommt! Ja... Nee... Kommt... Nice! Krieg ich paar Blöcke? Ja... Nee... Ich hab selber fast keine... Okay... Dann bauen wir mal so, dass wir mitgehen können... Ich... 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 Oh mein Gott... Oh mein Gott... Was ist denn vor? Die rod ist da, die rod... Die rod ist da, die rod... Die rod ist da, die rod ist da... Die rod ist da, die rod... Die r- Ah ich bin auch da... Boa... Jaa, du kannst boa best... Hier, hier ist noch ein Gold... Hier ist noch ein Gold... Ah... Er ist so korrekt, er baut halt einen Double-Weg. Fulle Kuben. Ich hab jetzt... Ah, ich hab ihn. Einer ist da. Ja, er hat danach... Das ist nur so ne Special. Nee, nee, ist das nicht. Er hat der Bow, also von dem her. Ich find das von Gome besser als von Rewi, weil da verglicke ich mich manchmal. Oh, wir waren einfach mal bei dir und das Schwitzaffekt rein. Ja. Ah. 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 Schreib einfach ab, fuck. Ah. Schreib einfach ab, fuck. Schreib einfach ab, fuck. Scheisse. Ich hab fast das Bett gehabt, fast. Oh mein Gott, ich fand... Ah. Ich weiss... Ich... Ich kann wieder ausrasten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich고 den Ball, denke ich. Ich bin der einzige, der noch... Jaaa... Oh mein Gott, was ist denn das? Und vor allem, sie hat noch Specs. Ich denke, ich gehe mal auf. Ja, als ob ich auf gehe. Heißt, Dings, die Party geliebt. Lassen. Oder nicht mitgezogen. Ha, er wird nicht mit. Slash Party List. Ja, okay, er ist nicht mitgezogen. Ich glaube, er ging auf, oder so? Ja, okay, er ging auf, er ging auf. Lass noch bis um halb streamen. Wie viele Abonnenten hast du jetzt? Dann nehmen wir eine Runde auf Kingdom auf. Und laden das Uncut hoch. Ich habe sieben Abonnenten im BTF. Das geht eigentlich voll schnell. Innerhalb von einer steht zehn Minuten. Ist ja nicht voll gut. Ja, wir streamen. Innerhalb morgen geht es wahrscheinlich langsamer. Aber sonst hat es gut. Ja, habt ihr Montag auch frei? Ja, natürlich. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Wir gehen nur auf der leften. Es gehen alle über der leften. Das ist über right. Ich habe es nicht mehr. Die Flash ist kurz auf der leften. So, so. Der is beim... Der ist beim... Der ist beim Schreier, ja? Nein, ich ist beim Kieter. Der ist beim Kieter, man. hast du gerade die leinen gesehen eine Baut ab, eine Baut ab ja, krieg den Fohr ist weg tic aber doch eigentlich schon ja gut, man guckt halt nicht um 9.11 mit Leistung von einem YouTuber, der halt nicht mehr so ist. Leistung ist halt das billigste, was man machen kann, aber eigentlich ist... Eigentlich ist es noch voll nice. Leistung ist echt viel besser, weil man kann halt... Man ist persönlicher, man kann zusammen auch spielen und so. Ja, man kann... Es ist halt nur noch 3, ist es halt. Oh, da hat Reiner Mini-Checker. Mini-Meet-Checker. Aber das ist ein bisschen anders dran. Der hat den Alten. War das der Alten? Weiß nicht. Ja, wem Nikita will Skype. Ja, ich soll mich hören. X-Ferox-HD Hast du gehört in Nikita? X-Ferox... Ah, schreib es einfach in Scherz. Wie? X-Ferox-HD V-E-R-U-X-HD So? Nein, nicht Itz. Nicht Itz. Nur Verox. Mit noch ein X darf er ganz hinten... Was meinst du so? Spam das jetzt ein bisschen. Nicht, dass er noch denkt, dass es das Falsche ist. Ja, X-Ferox-HD Aber nicht wie dem S, du Lappen. Das soll ich jetzt einfach retten. Abonniert mich mal alle, bitte. Ich hab ihn. Ich hab ihn hinzugefügt. Ja, ich nehm nachts... Scheiße, ich hab ihn gewonnen. So bin wir da dran. Nee, die hört man nicht. Äh... Also... Was? Ja. Einmal die Bestell-Mikroft neu starten. Ja, du bekommst Partylaser. Äh... Noch eine Runde, und dann geh ich ernsthaft drauf. Dann haben wir's mehr fliegen. Nee, ich... Es geht nicht so, dass ich fliegen kann, aber ich hab grad keinen Bock mehr. Ich beförder mich, bin müde. Was? Wir sind im Wochenende, oder? Ja. Wollen wir das in Stream beenden? Nee, das sind Platten, Platten ist auf der Zeit gespielt. Ja, ja, okay, dann lass das mal machen. Lad mal einen, also... Lad mich und ihn an. Ja, es... Promote mal, äh, den Supercat. Ich hab grad bisschen mit Dung-Gem-Gem-Di, ähm... Hatte das einen Stream-Tab? geschrieben wie sich das anhört wie sich das anhört ladet mich gleich noch ein lade mich doch bitte ein es geht den kurs rein ja gleich jetzt mopsi vor allem noch falsch geschrieben haste der baum schule was das geht zwar nicht so aber egal warum schule weißt du weißt nicht was es ist das das Ah, er hat den gleich 10 fähig, also der ist auch ein Ding, der ist nicht so. Aber mich jetzt? Ja, hört man. Du bist in die Kita? Ja. Gut. So. Ich hab grad in letzter Runde 2 Courses abgebaut. Ich weiß. Also unser Trick, der will aus auch nicht. Hast du vorhin die ganze Zeit den Stream geschaut? Ja, die Hälfte, ja. Okay. Wir haben jetzt halt jetzt neu angefangen, haben jetzt schon glaube ich 7 oder 8 Abos. Das ist eigentlich für anderthalb Stunden voll geil, wenn man das mal so sagen kann. Das ist ein Anfänger, würde ich sagen. Ja. Ne. Musik ist sehr unnötig. Die Musik ist sehr unnötig. Aber. Dieser Typ, ich krieg den jetzt auf der Party. Chill mal, chill mal. Junge, der fackt halt ab mit seinem scheiß Chat, Sven. Das war auch nicht so hart wie der. Die sind meistens so 7, die das machen. So 7, 6. Wie alt seid ihr denn eigentlich? 13. 13. Mach ich auch. Ob ihr 13 seid? Ne, du bist 15 halbzmal. Das sind 2 Jahre. Ja. Du, ich. Du hast ne tiefer als ich. Ne, ist auch recht tief. Ich meine nicht. Ja. Äh. Ich hab Locker-Maggie verkackt. Ich bin auch untergefallen. Ich bin auch untergefallen. Nein, ich geh mit Its-Mops, sie lauf. Ich grad left. Okay, gott, right. Ich hab grad mein One-Sack so krass. Snowshift. Da reinhauen. Was? Can't you do the PBC? Äh. Nee. Okay. Das ist ja gelöst. Ich hab's nicht fertig gebaut. Ich will den hinderwisch bekommen. Aber. Kann man mal machen. Ich frag ihn ganz selber. Ich hab einen gedroppt. Was? Also. Es ist einfach so easy. Weil. Man braucht einen Chat vor Leser. Kann einfach nur zocken. So geil. Und muss ich. Das ist eigentlich viel besser streamen. Wenn man so. Wenn man so. Wenn man so bedenkt. Das ist nämlich viel besser. Okay. Dieses Boss-Bammer. Ja. Irgendwie. Unser Clan ist selber ein Boss-Bammer-Clan. Frag an Zeit. Ich hab ihn. Ja. Ja. Hört man. Diese. Ja. Diese schlimme LP. Hat nur scheiße gelabert. Hat nur scheiße gelabert. Ja. Guck mal. Der Steve. Der werbo spammt. Trifft noch jeden Schuss. Ja. Ich bin gerade in der Mitte. Ich bin gerade in der Mitte. Und schreft von Steve. So. Überwegs. Nein. Ich schaff's nicht. War ich mir verreckt? 80 Stunden geh ich auf. Weil ich. Ich bin voll müde. Passt schon. Wer hat denn die Aufnahme gerade? SuperCat. Okay. Achso. Und du gehst jetzt auf dann. Ja. Ne. Ich bin SuperCat. Ich bin mein Sweat. SuperCat bleibt. Na gut. Mein Gott. Schreifers Combo. Nein. Nein. Scheiße. Ich hab jetzt 2 Kills. Ich hab jetzt 5 Kills. Ich hab jetzt 5 Kills. was los. Ich hab jetzt mal was los. Ich bin kack. Was macht denn da der Typ? Was baut der da? Was baut der da? Was baut der da? Hab ich mal gedacht. Was baut der da? Was baut der da? Was baut der da? Ich bin grad so scheiße. Ich bin grad so scheiße. Was baut der da? Was baut der da? Was baut der da? Ich krieg so einen Snob von dem Bone. Wer hat mich jetzt getötet? Blacklist, ne? Der ist Steve. Der hat auch noch einen Bowspam. Mr. Crate, der ist richtig rum. Dieser Krux, der hat auch so einen richtig hässlichen Skin. Jungen, die treffen jeden Schuss mit dem Bone. Mit dem hässlichen Bone. Der ist ein Bowspieler. Oh, endlich ist Blacklist weg, ganz ehrlich. Das ist nur ein Bowspam gewesen. Ich bin jetzt gleich beim Left Court. Lass right gehen. Ich bin ja beim Right Court. Ich geh aber right. Ich geh aber right. Ich geh auch. Ich bin jetzt beim Left Court. Ich geh right dann schnell. Ja, Elementrix. Ich mach es nach der Runde. Ich mach es nach der Runde. Er schaute nicht mal den Stream. Er hört das gerade nicht. Er hört das nicht. Er hört das nicht. Elementrix! Oh, er geht schon right. Oh man, das war nicht mein Kind. Ich hab ihn gekillt. Ich bin im Right Court. Er bei mir bitte ein. Äh, Element... Oh, Left. Ja stimmt, ja. Und weg. Endlich ist der Call weg. Nur wegen mir wieder. Elementrix, ich hab jetzt einer gesehen, falls du in den Stream schaust. Verrückte, glaub ich nicht. Aber der Ding hat... Hat... Ja, Elementrix, ich hab ähm... Ja, ich hab geschrieben, einfach. Ja, okay, er hat angenommen. Ich kann mal supporten. Just do it. Just do... Ich... Oh Gott, ey! Doch, ich... Im Offen. Ach, mein... Ja, wer wohl? Äh, wer ist ja? Limma B. Oh mein Gott, ich lief gleich die Runde. Ja doch, wenn ich jetzt noch einmal sterbe, dann... Wenn ich jetzt noch einmal sterbe, dann... Wenn ich jetzt noch einmal sterbe, dann geh ich einfach auf. Ich bin ja am Korne, auf dem Dach da. Ja, warte, ich komm mal. Es ist nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Ich komm so kurz. Ich bin doch ein bisschen low. Ey, nimm mal wie die ist bei mir. Ja, genau! Die facken einen Sorgen, ey. Warte, das mal für Iron machen, da auch reingehen. Ja, aber die sind halt easy. Ja, können wir den machen. Das sollen wir für Iron machen, sind wir sicher. Ihr macht Iron, ich mach Dia. Diener, lass mich rein. Echt? Ich kann für jemanden Rüstung bauen, ne? Ich kann für jemanden im Clan der Rüstung bauen. Ja, ich bin tot, ich geh offline. Tschö. Nee. Ja, tschö. Ja. Ich hab eins auch so gecraftet, ne? Ja, ich hab vier. Ah, super. Ich hab genug gecraftet. Ja. Egal. Ja, wir haben vorher noch mit dem anderen gesehen, weiß ich nicht, ob du es gesehen hast. Das ist... Mit dem war ich eigentlich den ganzen Tag schon ein bisschen an. Dann bleib bisschen an. Kommt drauf an. Ich hab eine Stunde oder so. Kommt drauf an, wie die Runde läuft. Du musst halt wissen, in der... äh... zum Beispiel, ähm... Ich zeig dir gleich den Checker. Ja. 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 Soll ich mich jetzt in der Mitte? Also, nicht in der Mitte aber... Ich stehe gar nicht auf dem Weg und erwarte, weil die Kinder gebraucht werden, weil das was passiert ist. Ich habe gerade einen gesehen, der besagt, der will leben aus dem Plan, der schreibt rein, dass er im ganzen Plan ist und ist in der Schule, aber... Ich bin Core. Ich bin Core. Ja, was ist mit dir denn gebaut, Alter? Junge. Nein, die haben... Nur den Core. Nur beim Core, das sind noch ein paar Blöcke. Das habt ihr alles abgebaut. Oh mein Gott, ich bin down mit Full Gear. Ich lege jetzt, Junge. So. Nee. Ey, ja noch nicht. Ey, lass uns... Ich schaue nicht abwackeln. Nein, noch ohne bei mir zu bleiben. Ja. Nee, ich stehe in deinem Raum weiter. Gehst du da noch auf? Ja, noch mal runter. Ja, ich mach es noch bis... Mh... Mh... Mach vielleicht noch... Seht doch einfach so online. Und das Stream. Ja. Also ich gucke gleich da, wenn wir 10 Abos haben. Ja, ein Abos von mir. Das ist irgendwo. Ja, ich hab's gemerkt. Boah, hier sind so viele Leute am Core, ne? Ich mein Core. Komm, ist schon jemand. Komm schnell. Ah, Full Gear, Full Gear, Full Gear. Ja. Ey, ein Smoothie. Smoothie ist das. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm. Ich hab einen Full Iron gekillt. Aber doch nicht. Da dachte ich noch immer wieder. War aber nicht so. Ja, warte. Ja, das hat sich nochmal gerettet. Warte mal, wir gehen jetzt wieder am drauf. Okay. Der Falle, ich werd... Werd der Falle. Okay. Der geklappt vor allem zu seinem Core. Ja, warte. Ich komm, ja... Ja, ich klär, ich klär mir den, glaub ich mal. Ich glaub, ich geb den aber nicht. Doch, doch. Boah. Ey, rechts. Bounce. Ist einer. Ich weiß, was wir waren. Der Beta-Wolf. Wobei, den anderen kommen ja. Nein, nein, nein. Leit kommt einer. Ich konnte den Typen jetzt. Ich hab' gerade einen... Ich hab' gerade einen... Ich hab' gerade einen 22-er Ping. Also gerade... Genau, wir werden uns einen guten Ping. Ja, wir sind alle. Er ist gerade noch ein ganz guter Ping. Genau, wir werden uns einen guten Ping. Das ist ein bisschen... aber ich ständig wenn es bei mir gut läuft, habe ich die sechsten Platz wieder sag mal und dann sprich ich ja gegen einen Freund, der hat gesagt, hier ist 200k ich habe mich so aufgewählt ich habe ihn zu als P-Player, aber da habe ich mir alles aufgewählt alle sehr effektiv und alle sind ohne Witz boah, ich hätte früher einen 18er Ping noch die sind alle oben alle sind alle da, was ich das war von oben rein, hier, guck mal ich war gar unten ihr seid alle da oben, was ist tot ich war gar unten, wo ihr schon oben wart ja, danke ich bin tot, warte, warte, warte ah, schon tot, schon tot, ich bin schon tot weil ich bin hinter dir oh mein Gott, was sind das für Abpacker, ja, gehen wir einfach mal ey, ich hab dich vergessen, war ich wieder tot scheiße wenn, wenn wir jetzt noch nicht bekommen, dann gehen wir einfach in Bad Wars ich hab ja keinen Bock mehr drauf warte oben, warte mal oben sie sind halt Clan, dann haben sie, denken sie einfach so komm, wir facken dich mal ab du brauchst Left'n alle ja, weil keiner mehr dieser, dieser Mr. Cree, der hat mich viermal oder so gekillt mit dem Scheiße draußen da gibt's halt scheiße, ne oh mein Gott warte, bleib weit oben warte oben ich bin unterwegs ich bin von dir ja, hm genug jungen, was, was sind das für Leute, alter tot viel zu soft toujours jungen so wir wir komm, wir wir fern naja, ok, oder so warte mal, ich lege da drückt ey, warte, ne, du nicht er jetzt so drückt wer ist noch dabei Warte kurz, ich muss kurz meine Rollos-Rolle machen. Warte kurz. Oh, ich wurde gekickt. Bin nicht drin. Ich bin nicht drin, ne? Ja, ich auch nicht. Hast du Instagram oder so? Ja, wir haben überlegt, WhatsApp. Ich bin nicht drin, aber da kommt halt aus Schweiz. Loil, was hab ich mit Team kriegst, alter. Bist du in der Runde? Nee, ich bin weg. Ich bin wieder draußen. Ich auch. Ach, du hast kein Premium, ne? Ich hab die ganze Zeit Premium. Ist voll abgenommen, ne? Aber von klein muss ich kein Premium haben, ne? Gibt's was? Weil ich kauf mir halt nicht. Ich glaub, es lohnt sich gar nicht. Ich übertreib es gerade, aber wann kriegt man ein Premium los? Ich hab keine Ahnung. Guck dir nach. Go, jetzt mobs die. Der ist nicht mal in unserem Clan. Alter hat er. Ja, ich weiß. Alter hat der einen nice Namen. Mal sehen, die Stats. Boah, Stats in Bad Wars. Ne, guck dir mal meine Stats an, ey. Ich hab das so lange nicht mehr gespielt. Ich war noch groß. Ich hab vorher Bad Wars gespielt. Ja, Bad Wars hat ja auch andere gespielt. Ja, vorher war's noch das beste Spiel. Wie kann man sich Kingies sein, ey? Wie kann man sich... Supercats. Keine Ahnung. Ich bin schon mal draufgekommen, ich bin ja schon mal draufgekommen. Ich bin schon mal Millionen Mal draufgekommen. Ich bin schon mal draufgekommen. Und schon wieder. Schon wieder. Fick dich. He. Wo ist ein MC-Legg? Okay, jetzt ist los. 600? Ich bin auch gut genug. Da geht ich nicht. Nö. Ich hab ja böslich. Ich hab Autoklicker dabei, aber... Ich willst es nicht. Ah, schon dauern wir wieder. Ach, schon mal spielen wir nicht auf Revy, ne? Alter, hab ich eine Linie gezogen. Wir sind wunderschön. Guck dir das an. Ha. Guck dir diese Linie an. Ha. Ich darf hier Autoklicker reinmachen, ne? Ich darf hier... Ich darf hier... ...und dafür kommen 15 Klicks benutzen. Autoklicker. Und 10 sind schon... Kann man sogar alles als Heck benutzen, wenn du... ...keine Ahnung, 10 Klicks anstehen. Soll ich Autoklicker reinmachen? Dann kann ich Precy versuchen. Ach, du Scheiße. Ich will ein Blöcke kaufen, was kaufe ich mir? Voll für die Helme. Oh Mann, ich sag's so... So eine Baselink... So eine Baselinkpaar Helme. Das ist so einfach... Ah, halt. Wir sind zwei neue Zuschauer... ...ja, guck, das ist auch... ...das ist eigentlich nicht schlimm. Ja. Ja. Ich hab's gar nicht mir geirgelt, ne? Ja. Oh honey. Hah. Ha. Warte. Ja. Hah. Hah. Klamm um dran zu gehen. Ja, ich fahr kurz. Hah. schweißer ich hab ich war so lange nicht mehr online scheiß das ist ja auch ein tc spieler so das ist die grün gehen die scheinen wie aggressiv zu sein das habe ich einmal gesehen aber der körper kauft wir haben von links attack ja ist ja wirklich krank da kann ich zu sagen er lässt lieber auf rot gehen blau einer bei blau lag wie scheiße wie kacke ich brauche heute der bau hat schon bau hat ja team rot hat schon bau wieso nicht ich sehe es das ist auf die dieser links ist vorgehen welches die rot sind auf die rot ja die haben die als ich war so und ich reingehnte ich hatte wer muss man sich probieren Ja, ich bin frei. Mann. Okay, ja, reicht. Wie viele Kammer hast du? Ja. Ich glaube, es ist 2120. Ja. Ja. Nice. Ich kann theoretisch öfters dabei sein. Amazing. Also lass mal gegenseitig sagen, was wir sind, okay? Lass wir mal fair spielen. Mach mal. Ich guck mir den gerade nicht an. Ja. Ey, sag mal nicht, Dingens, was du bist. Was geladen ist. Okay. Ja, kannst du nicht wissen. So, ich geh mal mit meinem Eisenschwert. Ich geh mal schnell weg. Geh weg von mir. Das ist mein Eisenschwert. Ey, die Stinger, das ist auch so ein kleines Schiff da. Das ist kein Schiff eigentlich. Was bist du? Ich will ihn nur. Er nimmt ein Eisenschwert. Ja, super. Ey, jetzt macht sie auch. Mopsi. Geh mal weg. Ja, geh mal weg. Ja, du hängst. Hängst. Geh weg. Komm mal. Jetzt komm da runter. Du hängst, geh weg. Hey, hinten. Ey, hinter der Map ist ein toter. Nein, ich bin kein Trader. Aber das ist, glaube ich, es geht. Warte, warte, ich gewinne noch. Ich bin noch. Der ist Traitor. Ja. Ich bin noch. Warte, wir gewinnen noch. Ich weiß das. Der Creator war ein Trader. Heimt sich sogar. Der ist auch. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Und da habe ich keinen aus. Lefter, hier überhaupt mehr. Geh mal, 101. Alle. Hier, 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 hier. Hallo. Ich bin nicht krass. Lass, lass nur mit Schwert machen, okay? Nur mit Schwert und alles. Hä? Alter. Ja, okay. Nee, nee, das war's nicht böse. Nee, nee, ich hab's auch nicht böse angenommen. Ich bin gar nicht so krass mit dem FB eigentlich. Ich hab halt sagen, wir wollen nachzudenken. Oh, das ist mies. Oh, das ist mies. Ich weiß nicht, was mich hier sieht. Verrückt auch. Nein. Halbster, jetzt weiß ich. Ja, ja. Ich schreib mal ganz am Anfang, wo ich euch nicht kennengelernt hab. Schreib ich zu kabo.de, ne? Zocken? Also, sollen wir zocken, ne? Das ist mein Freund. Also, Freundschaft, ne? Da hat er keinen Bock gehabt. Lad dir mal ein. Das ist mal Kaus spielen. Nee, ich geh's nicht mehr. Oh nein, komm schon. Was ist das? Hier. Den, den mein ich. Diesen Kabo hier. Komm. Feuer. Nein, geh weg. Ich weiß, kann man nicht noch was an der Performance machen, was du... Leid einfach ein bisschen ran. Mach family zu spielen. Erzähl dich. Verrückt doch. Ja, ich seh. Ja, ich hab schon gedacht. Ey, add, 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 ma... Oh, Ratsi ist scheiße. Ich hab's Ratsi, ich bin zu dir. Kabo. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wir haben spawnen. Ich mach mal gebettel gegen den. Mach schon. Ja, warte, ich fick den kurz eben. Der denkt, der wär der Beste. Der macht... Der ist immer... So krass ist der nicht. Ich glaub, du bist krass. Der ist auch halb-Pick-Clayer. Verrückt doch. Ja. Der ist gut. Verrückt doch. Ich fick den also. Hä? Ey, gib mal bitte die Party. Ich lade die ein. Ich lade die ein. Ja. Aber warte mal. Füg dir mal hinzu, ne? Luke? Ja, hallo. Ich spiel grad mit Dingern. Ist da. Wer ist denn immer? Du musst gegen Supercats gewinnen. Da war das kleinste Party. Alles klar, Digga. Ich kann dich nicht specken. Ich ess grad Chips, okay? Meine Hände sind klebrig. Ich kann dir auch ein paar abgeben, wenn du willst. So, okay. Du bist bei mir so leise. Mit FNS oder ohne? Ey, geh mal auf YouTube-Kammer. Wo die noch bitte? Hab ich... Ey, bleib am 10 noch online. Auch nach dem Stream. Ich will auch nochmal gegen dich. Ich will auch nochmal gegen dich. Feuer, hier. Feuer. Dein Lastroom ist voll mein Schatz-Grafik. Da fahrt dein Zand. Oh, okay. Wer ist denn auf YouTube? Wer ist denn auf YouTube? Aquaness. So. Ich war's besser als du. Ja, ich war's besser als du jetzt. Ich hab mir gehört. Na, warte mal. Lass rein. Lass rein. Verloren. Ja, baust du bei mir jetzt halt. Du nicht. Oh. Ja. Ja. Hier, komm her. Komm her. Erst nur mit Dingern. Angel, Schwert und diese Ops. Okay. So, ich kann mich clevererseits spielen. Keine mit. Mach doch mal kurz. Warte kurz. Warte kurz. Wo denn? Das bedeutet, du kannst all deine Lieblingskünstler genießen. Was ist da gerade? Ja, ist egal. Weiter. Ja, es ist nur noch auf dem... Ich hab verloren. Freck. Junge, Alter, was machst du gerade, Alter, mit mir? Ja oder nein? Ja, ja. Ja. Was angeln wir denn? Boah, Combo. Combo! Am wieder weg. Oh, wunder! Ja, freck! Ja, da war's weg, du Arsch! Ich weiß... Ja, is' es mal, mein Apfel! Ist auch ein Apfel! So, was ist das los? Hat' die weg! Ich baue mir zu Hause! Ich baue mir zu Hause! Ja, hält mich halt durch die Schwanz, Asche, Alter! Ich weiß... Mein Gott, das ist scheiße! Aber spielt das! Ah, geh weg! Bist so low! Komm, lass' ich aufessen! Ich hab' den Apfel essen! Ich hab' den Apfel essen! Interness, hast du gesagt? Interness, ne? Aquaness! Mein Gott! Die drei Herzen! Die drei Herzen! Ah, du bist live! Ja! Zwei Abonnenten! Wuh! Na, sieben! Ja, okay, sieben! Ja, tot! Tot! Hä, also hab' ich... Als ich mich nach Komo reingedrückt hab! War so legit, Alter! Lass' mal Kors spielen! Lass' mal Kors spielen! Luke ist auch guten Kors! Ich find' schlecht! Ja, ich find' schlecht! Ich find' schlecht den Kors! Ich weiß, du bist scheiße! Ja, ich hab' jetzt! Warte, geh mal, geh mal Party! Aber wir können gerne, wir können gerne Kors spielen, weil ich noch nicht schlecht bist! Hm, aber Kors, klar! Äh, ja, KABU.de, ne? Äh, ja, KABU.de, ne? Ja, richtig hab' ich den Chat geschrieben! Ja, ja, bitte! D. Ja, bitte! Ja, bitte! Ja, ne, D.E. 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 KABU.de D.E. 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 D.U. D.E. 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 D.E.D. Ich bin auf den Chip getreten! Hä? Ich hab' mal Kors. Okay! Aber viel richtig schlecht, Alter! Boah, nö. Nicht Aura. Das Team. Nein, mit dem Team. Wir spielen gegeneinander. Ich meine, es ist jetzt All in Aura, sind richtig schlecht. Guck mal, es ist jetzt All in Aura. Gespielte Spiele 62, gewonnen Spiele 0. Gespielte Spiele 15, gewonnen Spiele 0. Kills 7, Tote 13, KD 0,5. Und Position im Ranking 213.000. Hey, Leute, mach mal noch Werbung. Nichts. Wir sind live auf YouTube. Channel... A... S... Was ist das All in? Das ist kein Bock mehr, oder was? So. So. Was ist da, Digga? Bussi Arena. Bussi Arena. Bussi Arena. Cabo. Nein, Digga, bist du zu fern, oder was? Warte mal kurz, die Kinder. Ach, hier. Bussi Arena, was? Arena. Nee, nicht, du dich angreifen, ne? Nice. Bussi Arena. Bussi Arena. Bussi Arena. Gabo. Ich? Bussi Arena. Bussi Arena. Bussi Arena. Cabo bleib fair. Ja, ja, genau. Ah, Cabo. Cabo spielt ganz unfair. Cabo, hackt. Ja, Digga. Bussi Arena. Nö. Farrick. Ah, Arsch. Ich bin in Lava. Ah, ich bin in Lava. Ich bin in Lava. Ich hab mal aufsicht ne Lava Ich hab auch ne Lava Oh mein Gott Junge, ich bin verstaunt Oh, wacke ich hab alles gut mehr Geh weg Schremm die Das geht auch Nein 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 Ich brenne Auf, weg Ah, ich bin tot Habs Herz Ach, Nikita, easy Ich bin verbrannt Ich bin gleich tot, ne? Ja, hoffentlich Das ist perfekt Ah Ah Er lebt doch Hab ich keinen Bock Was, ne? Er hat ja noch hin in der Luft gegeben Tot Geh neuer Runde Geh neuer Runde Ja, alles klar, er ist weg So spiel ich ab Wie heißt das? Wer ist das geschrieben? Ja Lass mal TTT spülen nochmal Bock drauf mal Oh, das ist von Marvel Games also Auch auch scheiße Ja Ey, warte, Cabo ist wieder Geh mal Lass mir hier Cabo ein Ne, Cabo nicht Ich Muss nochmal einladen Ich? Cabo ist noch ein, ja Party Hä? Hm Ähm Der heißt auf Skype genauso, ne? Er hat den mal Geh wieder Rena Ach, er muss auf Okay Ja, er muss eh auf Er muss auf Und Boah Gleich filmt Welche Nummer an rein, kann man? Ich gucke mal was so ablauf da So Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich bin sicher, ich bin bereit Ich mach es Just do it Ich habe die Arena wir machen es spannend und ich jetzt mobsi lass auf den ganz hat kurz lass auf den ganz gehen auf ja man lass auf den gehen ich hab das niemals ich hab überlebt ich hatte ich hatte 32 in der perle habe nur noch 5 ich hab überlebt aber bei mir er brennt ojo, hier ist du lack ich komm wieder in die arena ja ich bin weg ja, ich bin schaff ja, ich hab geh weg direkt du hast du lebt ja, ich ess nie aber jetzt ich hab aufgedreht ich hab aufgedreht und ähm, ich würd sagen ich hör's auch auf dem stream ja ähm ich würd sagen wir müssen auf dem stream ja ich würd sagen wir müssen auf dem stream ich würd trotzdem online ja, mach ich also Leute, ich würd sagen das war's mit dem stream ich stell mich mal kurz in die community Napier ja das war's nicht mehr das war's aber halt es war's halt kurz ist ich würde sagen ich würde sagen es ist ja noch zwei Stunden Leute, das war's für heute, schaut morgen wieder rein oder irgendwann und dann sagen Tschüss.